hallo und herzlich willkommen zu einer runde board of warship so alles beiseite geräumt jetzt habe ich mein achterwürfel genannt und ich würfel eine runtergefallen ist nicht runter eine etage tiefer noch mal eine 7 1 2 3 4 5 6 7 da fahr ich jetzt mit kuba mir ist auf die vollkeit ich habe gerade gepennt nach der Arbeit bin ich mal so müde und dann Unruhe hehehe uuuuuch uuuuuch eigentlich würde ich jetzt ins Bett gehen und schlafen dabei ist es gerade mal halb sechs mehr enge Herrschaft okay okay uuuuuch uuuuuch uuuuch uauch uauch uuuch uuuch Boah, warum ist es? Das laggt, jetzt lag ich, ach wie würfel mal eine Zahl mit einem sechser Würfel, eine 3 also bei 10, ist auch wieder runter. Mensch, was ist denn das hier ein Gelecker? Boah, das kann denn mal gar nichts sein hier. Boah, das ist voll voll. Boah, das ist voll voll voll. Boah, das ist voll voll. Boah, das ist voll voll. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Was müssen wir heute noch hier? Boah, das ist voll voll voll. Boah, das ist voll voll. Boah. 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 Hallo? wo mehr jahre ist wie sie Habe ich einmal was getroffen? Ah, wie denn auch? Wie denn auch? Die Späume getroffen! Die Späume, die Späume getroffen! Die Späume, die Späume! Das war's für heute. Problem gelöst! Das war's für heute. ich hoffe nichts wird nicht so zugelegt wie jetzt egal mensch das hier ja gar nicht das geht mal überhaupt nicht so dann haben wir den 8er würfel und hierfür eine 2 1 2 das ist die zweite runde auch so zugelegt ist regiert gerade die erste und dann ist halt zugelegt das geht doch schon los mit dem lecken das geht doch schon los mit dem lecken wenn man sich mal auf dem update anlaufen muss muss gar nichts dass ich sagen könnte von wegen ich weiß warum ich heute hier so rumblecke so so Das war's für heute. 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 Aber ich treffe wenigstens wieder Bote. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.